PUSH Hygiene ist der digitale Manager zur Erstellung persönlicher Hygiene- und Desinfektionspläne. In unterschiedlichsten Einrichtungen, mit den verschiedensten Herausforderungen. Nehmen wir zum Beispiel Anna. Sie ist Mitarbeiterin in einem Pflegeheim. Ihr liegen das Wohl und die Sicherheit der Bewohner und natürlich auch ihre Kollegen besonders am Herzen. Unerlässlich dafür ist die Einhaltung der Hygienevorschriften. Neben der Pflege der Bewohner zählt die Erstellung entsprechender Pläne neuerdings auch zu Annas Aufgaben. Nicht unbedingt ihr Fachgebiet. Zudem fehlte die Zeit, um sich selbstständig in die neue Thematik einzuarbeiten. Mit PUSH Hygiene von Hartmann gelingt Anna die Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung von Desinfektionsplänen schnell und unkompliziert. Die Anwendung hält direkt Vorlagen und Masterpläne für unterschiedliche Situationen und Bereiche bereit. Auch für die Erstellung individueller Pläne, etwa für die Bewohnerzimmer, sind alle nötigen Informationen digital abrufbar. Die einzelnen Schritte und Produkte lassen sich ganz einfach in einen Plan überführen. Bei Änderungen von Hartmann-Produkten oder geltender Hygienevorschriften wird Anna automatisch informiert. Zudem kann sie stets auf den Support und die Beratung von Hartmann zählen. Dank PUSH Hygiene spart Anna in der Handhabung ihrer Desinfektionspläne, egal ob über Vorlagen oder individuell erstellt, enorm viel Zeit und Kosten. Dank Aktualität der Pläne und Einhaltung von Hygienevorschriften ist sie jederzeit auf der sicheren Seite. Und das 24-7. Hartmann hilft mit PUSH Hygiene.